Irgendwie was. Kann ich da oben die Lampe an- oder ausschalten? Ah, da hinten. Okay. Mist. Das war so knapp, ey. Das war so knapp. Das war einfach nur so knapp. Hier kann ich nicht durch. Oh Mann, jetzt muss ich mich hier unten verstecken, ne? Ich kann aber von hier unten auch nichts steuern. Ah, doch. Hier hinten. Ach, der hat ja sowieso die Wand zerstört, ne? Ähm... Ich drücke L nach vorne und X, um zu springen. Ich habe ein bisschen Angst gerade hier zu springen, ne? Wo ist denn der jetzt? Wo ist der? Ich habe doch hinten an, ey. Der wackelt mir zu sehr die Erde. Der wackelt mir zu sehr die Erde, ne? Ich weiß nicht, was hier los ist. Oh, der ist weg. Der läuft gerade weg. Hab ich aber Glück, ey. Aber wo muss ich hin? Wo muss ich jetzt hin? Mist. Shit. Ärgerlich, ärgerlich. Oh Mann, ey. Was mache ich denn jetzt hier? Kämpfer nicht voll. Versteck dich und vor Reno und entkomme. Wer ist da? Komm, zeig dir. Hab keine Zeit für sowas. Okay, der macht jetzt gleich alles kaputt, ne? Pass mal auf. Ich hab gleich Spaß mit dir. So, jetzt kommen wir da nämlich durchlaufen, rein theoretisch. Die Frage ist tatsächlich, jetzt geht er da oben raus. Wie entkomme ich hier? Ist die Frage. Der geht jetzt gleich rüber, ne? Hoffe ich mal. Wenn der jetzt da gleich rüber geht. Wie komme ich jetzt hier raus? Aus dem Loch. Der dreht sich nochmal um. Ich kann ja auch nichts. Ich muss den auf irgendwas so ein bisschen scharf machen. Wo kann ich jetzt, wo kann ich denn den einsetzen? Warte mal. Was kann ich kaputt machen? Den Kisten da. Kann ich da hoch? Also in den Tunnel kann ich rein. Der ist doch jetzt auf der anderen Seite, oder? Da, da. Ja, du hast recht. Guck mal hier. Was ist mit den Kisten? Ja, bitte. Du hast völlig recht. Die hab ich übersehen. Was kommt da hier? Ja, genau. Alles klar, ey. Ist er jetzt hier? Spiel keine Spielchen. Nutz der Objekt ist sehr gut und schlech dich am Rino vorbei. Okay. Da ist mich aber gespannt. Oh Mann, ey. Oh Mann. Boah, wie ist der denn, dass ich hier bin, Mann? Okay, dann komm. Da kommt jetzt. Da wird gleich herangereit. Komm, pass mal auf. Ah, Mann. Ah, Mist. Mist. Ah. Aber da kommt er gleich wieder, oder? Genau, da kommt er nochmal. So. Wir haben ein Freund zusammen durchgespielt. Okay, alles klar. Damals. Ähm. Das ist, also es ist auch wirklich, ich hab das ja so lange nicht gespielt. Ist doch wirklich ein cooles Spiel, ne? Aber muss ich jetzt echt warten, bis der bei mir ist? Das dauert ja lange, oder? Die Frage ist, gehe ich von der Seite aus ran und hüpfe dann hier drüber? Geht nicht. Komme ich von hier an dem vorbei? Das macht keinen Sinn, ne? Ja, als Spider-Man könnte ich ja gegen ihn kämpfen wenigstens, so ein bisschen. Schnell hinter dem lang. Ah! Mist. Ah! So was. Mann! Mann! Ich war doch hinter dem. War ich zu schnell gelaufen, oder was? Ich darf nicht schnell laufen, wahrscheinlich. Nerv mich, ich brauch's nicht. Okay, ja, ja, trich um, trich um. Ich brauch das nicht. Ich seh dich. Mann! Warum? Warum? Was ist denn das? Warte, bis er an dir vorbei ist. Okay. Also das ging ja gerade eben schon ganz gut, finde ich. So. Ich versuch's nochmal. Der geht es... Wenn der hinter sich rund dreht... Ach, ist das ärgerlich hier. Komm her. Hau ab, du knilch. Knilch. Na, andere Richtung. Bruder, komm, komm, geh nach da hinten. Bro. Na, was ist los, hä? Warum denkst du jetzt nach? Hat dich einer getriggert, oder was ist da los? Okay, ich muss wegbleiben in einem bestimmten Radius und darf dem nicht zu nahe kommen. Das verstehe ich sogar. Das verstehe ja sogar ich. Hier sind Holzstücken, an denen ich vorbeikommen muss. Was ist denn los, Typ? Drehst du mal ab jetzt da, oder wie? Kann man hier auch was machen? Oh, nee. Der hängt doch im Bug fest da, oder? Das ist doch ein Bug jetzt, oder? Das ist doch jetzt ein Bug. Komm, der schnieft da, ey. Der drüber springen wäre ja geil, aber kann ich nicht, ne? Der hängt da. Ich geh jetzt einfach hier lang, ne? Was soll's? Ja, guck mal, wie groß der ist. Das sieht mich gleich. Ja, genau. Er guckt, ja, in meine Richtung. Wie soll ich das jetzt gehen? Wie soll ich das jetzt machen? Ich kann nur versuchen, schnell dahin zu rennen, ne? Ich kann nur versuchen, da schnell auf das Ziel zuzulaufen. Weil das sieht mich jetzt nämlich. Der guckt jetzt voll in die Richtung hier. So. Sind wir jetzt draußen? Der ist weg. Okay. Jetzt ist die Frage, okay. Das mach ich jetzt. Jetzt bin ich versteckt hier hinten. Und jetzt muss ich hier irgendwie rüber. Komm ich hier hoch? Ne. Können wir hier durch? Hier ist ne Schräge. Ah, dann guck mal hier. Jetzt kann man rauskletteren. Jetzt ist er weg. Der kommt nicht mehr. Den sind wir los jetzt. Okay. Wie ist du? Zu knapp. Nicht mehr weit weg bis zum Ausgang. Kein. Spielchen. Mehr. Okay, jetzt bin ich da drinnen. Oh. Wie ist du? Du. Oh. Okay. Danke. Oh. 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 Wo ist das? Der kloppt jetzt hier. Was? Wo? Wo hat er jetzt hingeguckt? Da wollen wir mal gucken. Was macht er jetzt? Wo ist jetzt der? Er könnte mir die Öffnung freimachen? Da wollen wir mal gucken. Los. versteck mich jetzt hier malz malz komm komm hau ab da jetzt ja ich finde das ist so geil gemacht der reno gefällt mir eigentlich das ist wirklich so cool gemacht ich muss mal kurz das hier rüber hängen das stört mich ein bisschen so unten baum ich denke mal das war das schwerste im spiel den rest schaffen wir jetzt auch noch als spidey und wir haben es ist penicillin oh man kannst du nicht einfach spider-man anrufen oh meine kontaktlinse juckt kontaktlinse jetzt geht es aber los hier na bitte wir dürfen heute nicht so rumschubsen wie denn so etwa na jetzt geht es los okay das war spiderman gelernt hast alles klar was sagt er denn da gleich sagt er nichts mehr ich dachte ich muss jetzt eine in-game-action machen hier so ein so eine du weißt schon wie die dinge heißen hier so eine wo man jetzt die knappe drücken muss ich muss dir dringend was erzählen okay wird nicht besser ich hoffe man sieht es nicht aus dass mein auge total rot aussieht hier aber das sieht man glaube ich nicht weil ja eh alles rot aussieht weil die kamera keine gute lichterfassung hat die ich hier auf dem fernseher stehen habe da muss ich mal gucken ich habe das problem dass ich kann mir keine logitech hier 24 oder was leisten oder ich könnte sie auch ganz ausmachen im moment also hätte ich nicht den green screen kauf brauchen so wir können jetzt so wir können jetzt hier was fertigkeiten angeht hier unten könnten wir jetzt noch den zweiten punkt netzschlag takedown verbessern ja lol machen wir okay sieht sehr gut aus ne ist alles rot ja es ist das bild ja es ist die kamera es ist ich kann natürlich zurückgehen noch ich weiß jetzt dass reino oscorps hilfszentren angreift ich glaube ich weiß welches das nächste ist es wurden ein erdbeben und oder verwüstungen im harlem center gemeldet klingt nach unserem mann ich mach mich auf den weg wie kommst du zurecht müde aber ich halte durch wir stehen das durch nicht aufgeben ich muss noch ein bisschen üben speed drauf zu kriegen ja ok das ist jetzt alles ich weiß mal einfach die story spielen just the facts das ist immer spannend woher auf rikers island in den spiderman laut videos eindeutig verwickelt ist hat zahllose berufsverbrecher zur schlimmsten zeit überhaupt auf unsere straßen gespült erzählen sie mir wie sie das betrifft sprechen sie ich weiß nicht der mir mehr angst macht die verbrecher oder diese säbeltypen knarren haben beide es ist wie im welten westen da draußen und wer einen umlegt ist am ende ja egal und das ist der sprengende punkt anrufer im ausnahmezustand sind die bürgerrechte in größter gefahr mein rat halten sie den kopf unten gehen sie nur raus gibt das nicht sogar ein schnellreisesystem da trauen sie der polizei nicht schäbel sie sind von hier sie sind mit uns hier und halten sie alle verstöße zweimal nur doch dreimal geht ok wird das vorbei sein und dann werden sie zur rechenschaft gezogen was machen wir gegen die entflohenden häftlinge aus rikers island hier kannst du ja wirklich überhaupt nicht einfach nur so rumspringen wehren sie sich bewaffnen sie sich so gut sie können legale schusswaffen baseballpfleger pfefferspray oder auch haarspray in die augen wenn sie nichts anderes haben haarspray in die augen wir geben niemals auf ja das ist schon ein cooler typ ne aber wenn es einer dieser irren mit superkräften ist wie dieser nassortyp dann sollten sie bieten und mit wehenden fahnen untergehen ja also ja ich nutze OBS und ich habe auch schon für die andere kamera habe ich auch schon ein filter draufgelegt und bei der jetzt hier hast du recht müsste ich mal die bildkorrektur einfach anpassen da hast du völlig recht da ich jetzt überhaupt nicht hingeguckt kann ich mal schnell schauen man kann ja mal ganz kurz gucken guck mal jetzt ist aus rot ein bisschen eher so ein bräunlicher Ton geworden ne ist auch ok oder kann man doch schon eher mit leben so 1000 meter sinds noch konnte man nicht irgendwie lange springen drücken und dann irgendwie höher hüpfen war das nicht so wie war denn das ok zweiter mehr hängst du jetzt am gras fest oder was kämpfst du gegen die stärksten monster und hängst dann am gras so das ist auf jeden Fall das nächste hauptziel noch einen kilometer entfernt aber ich meine vor den typen die hier so so ein bisschen assi im weg stehen das oder auf mich schießen die ignoriere ich einfach ja zum beispiel den der ist zu langsam noch ein bisschen ne könnte ruhig ein bisschen schneller sein noch hopp so jetzt jetzt auf jeden Fall irgendwas zum kämpfen na dann machen wir mal schnell versteck die Waffe ehrlich gesagt bin ich kein Fan der Farmerriesen so vor allem keine Hinterhof-Farmerriesen oh 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 das ist natürlich der falsche die falsche die gewesen oh 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 jetzt hab ich's das siehste oh ok ähm da hat sie erwischt Mist ja ich muss die Strategie des Kämpfens nochmal ein bisschen üben ohne Witz ohne Witz finde dass es monatlich ist bei mir Mitgliedschaft irgendwann gut dass es monatlich ist mit der Mitgliedschaft ist irgendwie gut ach ok aber ähm muss natürlich trotzdem drauf achten ähm das ist ja dein Geld was da am Ende flöten geht dass du da nicht irgendwie ähm dann irgendwann noch äh in Schulden gerätst aber ich glaube das ist ich zum Beispiel nutze ja die Google die Google Umfragen App um ein bisschen Geld immer mal zu bekommen und ich könnte mich sogar selbst abonnieren mittlerweile mit dem Geld was ich da bekomme aber naja ich meine ich kaufe ja kein Endgame Zeug für irgendwelche Spiele ne könnte ich mich selbst unterstützen hahaha aber ja du siehst ja oh guck mal hier nice der Vorteil an Mitgliedschaften das habe ich mit Absicht zu gemacht ist halt dass man jetzt auch unten als äh als Name dann auch wirklich auftaucht so sollen wir nochmal gucken ich bin im Kämpfe im Moment wie du gesehen hast eine absolute Flachzange weil ich das ewig lange nicht gespielt habe jetzt ein bisschen üben muss da ist Rhino doch schon wieder am Start ja was kommt oh Spidey schießt aber mit großen Sachen was kann ich denn hier machen mit dem ich muss irgendwie wahrscheinlich die Gegend nach dem schmeißen ne und welchen Zweck genau erfüllt dieses Mittel ok was mache ich jetzt hier oh kein Anzug kein Reino also doch ok ok ja da geht natürlich sonst nicht ok also muss ich ohhhh wo habe ich Glück gehabt alter ohne witz was macht der denn hier für ne ich mag den Anzug so individuell sei dankbar Pauk ohne Anzug mach ich dir weniger Ärger was mache ich jetzt der muss ja dagegen rennen oder hallo muss ich jetzt dagegen rennen lassen hm uуу uuuh 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 was mache ich denn hier damit ok ich geh mal hier lang hier ist ja auch noch so ein Ding Wie mache ich das jetzt? Ich muss das runterziehen? Der ist noch nicht dagegen gerannt. Der ist nicht dagegen gerannt. Warum ist der nicht dagegen? Mist, das muss ich jetzt machen. Ich bin's, der Kapitalismus. Heiz mir ein. Red. Nur. Weiter. Der rennt nicht dagegen, ne? Jetzt. Jetzt habe ich erwischt. Ach, Mist. Mist, war ich so nah dran. Ich will proben, transistor zu runterziehen. Das ist nicht gerade. Was war eine andere Frage. Das ist nicht gerade.